Wir alle machen sehr viel Privates an unserem Rechner oder an unserem Smartphone und schauen uns einige Artikel oder vielleicht auch Videos an, von denen wir nicht wollen, dass andere Leute wissen, was wir da eigentlich machen. In diesem Video gebe ich dir drei Gründe, warum der Inkognito-Modus eigentlich gar nicht so privat ist, wie viele denken. Hi, ich bin Alex von Privacy Tutor, einem Channel, auf dem wir dir simple Tipps für deinen digitalen Alltag geben. Bevor wir jetzt aber die Probleme von dem Inkognito-Modus verstehen, müssen wir erstmal hinterfragen, was beim Inkognito-Modus eigentlich passiert. Der Inkognito-Modus ist mittlerweile in allen Browsern eingebaut. Bei Firefox heißt er privates Fenster und bei Google Chrome heißt er, glaube ich, Inkognito-Fenster. Aber im Prinzip ist es immer das Gleiche und zwar passieren dort drei Dinge. Zum einen wird dein Browser-Verlauf im Inkognito-Modus nicht gespeichert. Das heißt, sobald du das Inkognito-Fenster schließt, sieht danach niemand mehr in deinem Browser, auf welchen Seiten du überhaupt unterwegs warst. Außerdem werden deine eingegebenen Suchbegriffe nicht gespeichert. Das heißt, wenn du etwas Bestimmtes googlest, dann wird es im normalen Browser in der Regel gespeichert. Dort werden deine Eingaben gespeichert, deine Suchanfragen. Und im Inkognito-Modus ist es nicht so, dass sie im Browser gespeichert werden. Und als drittes werden auch deine Cookies gelöscht. Das bedeutet zum Beispiel, dass du nicht mehr angemeldet bist. Wenn du dich zum Beispiel bei Facebook anmeldest im Inkognito-Modus und dann das Inkognito-Fenster schließt und wieder öffnest, dann musst du dich erneut anmelden, weil normalerweise über deine Cookies deine Anmeldeinformationen gespeichert werden. Okay, kommen wir jetzt aber zum ersten Problem des Inkognito-Modus. Und zwar ist dein Internetverkehr nicht verschlüsselt, wenn du ganz normal surfst. Auch im Inkognito-Modus. Okay, lass mich einen Schritt zurückgehen und sagen, dein Internetverkehr ist verschlüsselt. Und zwar erkennst du das an dem Schlosssymbol, das oben in der Adressleiste ist. Aber dein Internetverkehr ist nur zu einer bestimmten Website hin verschlüsselt. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Inhaber eines Netzwerks, also zum Beispiel deine Schule, dein Arbeitgeber, deine Eltern zu Hause, die können sehen, welche Internetseiten du besuchst. Sie können zwar nicht sehen, was du auf den Internetseiten machst. Also sie können zum Beispiel nicht sehen, was du googlest. Sie können nicht sehen, welche Wikipedia-Artikel du dir durchliest, weil der Internetverkehr zu dieser Seite hin verschlüsselt ist. Aber sie können sehen, auf welchen Webseiten du surfst. Das heißt, sie können sehen, ob du auf Wikipedia, auf Google oder auf irgendwelchen anderen Seiten unterwegs bist. Was hilft dagegen? Nun, du kannst zum Beispiel einen VPN-Dienst oder einen Tor-Browser benutzen. Mit VPN-Diensten surfst du deutlich schneller als mit dem Tor-Browser. Und meine Empfehlung dafür ist ExpressVPN. Den habe ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das zweite Problem des Inkognito-Modus ist, dass deine IP-Adresse sichtbar ist. Also du weißt jetzt, dass deine Eltern potenziell sehen können, auf welchen Webseiten du unterwegs bist. Aber außerdem wird deine IP-Adresse nach außen sichtbar. Das heißt, du kannst zwar nicht mehr über Cookies getrackt werden, weil die ja gelöscht werden, aber du kannst immer noch über deine IP-Adresse getrackt werden. Das heißt, selbst wenn du im Inkognito-Modus auf eine Webseite gehst, wie zum Beispiel auf Facebook, dann sieht diese Webseite, mit welcher IP-Adresse du darauf zugreifst. Und diese IP-Adresse ist immer die gleiche, auch wenn du im Inkognito-Modus surfst. Auch dagegen hilft ein VPN-Dienst, denn damit tunnelst du dich zu einem anderen Server und verschleierst somit deine IP-Adresse. Oder potenziell hilft auch ein Proxy-Server dagegen. Davon würde ich dir aber eher abraten, da ein Proxy-Server deinen Internetverkehr im Gegensatz zu einem VPN nicht verschlüsselt. Und als drittes kannst du über Viren- oder Schadsoftware auch im Inkognito-Modus getrackt werden. Also selbst wenn du ein VPN benutzt und alles richtig machst, aber dein Computer oder dein Handy vom Viren befallen ist, dann kann potenziell ein Keylogger oder eine Spyware installiert sein, die jeden Tastenanschlag von dir mitloggt oder die komplett aufzeichnet, auf welchen Webseiten unterwegs bist. Um dich dagegen zu wehren, solltest du immer dein Antivirenprogramm auf dem neuesten Stand haben und vor allem aktiviert haben. Übrigens reicht aus meiner Sicht der eingebaute Windows Defender vollkommen aus. Als zweites solltest du außerdem immer alle Sicherheitsupdates installieren und als drittes solltest du nur vertrauenswürdige Programme aus vertrauenswürdigen Quellen installieren. Okay, du weißt jetzt also, dass dir der Inkognito-Modus eine gewisse Privatsphäre bietet, vor allem, weil dein Browser-Verlauf gelöscht wird und danach nicht mehr eingesehen werden kann. Aber du weißt auch, dass du trotzdem nicht anonym bist und trotzdem getrackt werden kannst im Inkognito-Modus. Und zwar vor allem über deinen nicht verschlüsselten Traffic, also weil deine Eltern, dein Arbeitgeber oder der Inhaber von einem öffentlichen WLAN-Netzwerk eben sehen kann, auf welchen Websites du eigentlich aktiv bist. Und das kannst du zum Beispiel mit einem VPN verschleiern. Jetzt interessiert mich deine Meinung. Fühlst du dich nach diesem Video mehr getrackt? Und wenn ja, was willst du in Zukunft dagegen unternehmen? Schreib es mir gern unten in die Kommentare. Außerdem bin ich immer auf der Suche nach neuen Video-Ideen. Wenn du also eine technische Frage hast, dann auch gern die Kommentare damit. Ich habe übrigens ein Video über kostenlose VPN-Anbieter gemacht und wie sich diese gegen bezahlte Varianten schlagen. Das Video findest du hier rechts irgendwo. Und dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut.